Hallo meine Lieben, hier sind wir wieder an einem Brennpunkt der Sünde. Wir sind das Dream Team, Pater Julius und ich, Wolfgang, der Mann für die Sünde. Das ist Sodom und Gomorra. Hier fühlen wir uns am richtigen Platz, hier gibt's Klamour, hier gibt's Sex, hier gibt's Abgründe. Das heißt Wolfgang, das ist eigentlich schlimmer als Fasching. Na komm, erinnere mich nicht an den Karneval. Bitte nicht. Obwohl die Aschermittwochspeichte, die ist doch immer was Feines. Nee, die Aschermittwochspeichte, die ist knallhart. Also liebe Freunde, dann macht's dem Wolfgang nicht so schwer in seinem Beichtkater. Ja, das geht schon. Im nächsten Jahr höre ich dann einfach schon am Dienstag Mittag aufzutrinken. Also naja, jedenfalls die harten Sachen und kein Kater, keine Probleme. Wolfgang, das ist eine gute Idee, dann hast du zwölf Stunden Vorsprung vor deinen Container-Kunden. Ja, genau. Aber hier auf der Berlinale, da mach ich mir wirklich Sorgen. Ja, also was hier zu sehen ist auf der Leinwand, das hat ja überhaupt keinen Vorbild im Charakter. Nee. Hier wird gestochen und gelogen und äh... Es haben sogar Priestersex. Ja, auch. Gut, das ist vielleicht jetzt nicht das Schlimmste, aber weißt du was? Was? Ja, hier wird nicht gebeichtet. Hier beichtet kein einziger Hund. Da ist doch der Hund begraben. Entschuldigung, ich habe im Fernsehen eine Serie gesehen. Ja, wir sind ja hier im Kino, das ist ja was ganz anderes und einen Beichtcontainer gibt's schon gar nicht. Wie soll's den auch geben auf der Leinwand? Das ist ja deine Erfindung. Da muss ich den Produzenten aber mal in Schutz nehmen. Ja gut, ich bin ja auch vom Fach, also wenn ich mal fragen würde. Ja, also wir beide, Wolfgang und mich, wir sind authentisch. Das stimmt, wir sind so real wie das Arm in der Kirche. Und wir haben Rückendeckung von höchster Stelle. Wie meinst du das? Äh, mal dramaturgisch, das ist ja. Das stimmt, die Zeit rennt mal wieder. Möchtest du mal das letzte Wort haben? Ähm, liebe Freunde, die Stars auf dem roten Teppich gucken ja, anfassen nicht. Das hast du schön gesagt. Nur bei mir, da dürft ihr auch anfassen im Weichcontainer. Äh, exklusiv für euch. Also, bis bald. Tschüss. Tschüss. Kannst die Kamera ausmachen.